Ein Sieg gegen den Superman seiner Welt war befriedigend, doch danach würde es nur noch besser werden. Luthor war in diese Dimension gereist, um die Einwohner davon zu überzeugen, dass er der Luthor ihrer Dimension sei, der den weltweit ausgestrahlten Angriff des Hohen Rats überlebt hatte. Der zuvor geliebte siegreiche Luthor wurde nun verehrt. Er wurde zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und würde seine Macht bald weiter festigen.